Ich habe das Gefühl, es wird immer heiß, wenn ich dabei bin, die Ansage zu machen für Zelda Four Swords Anniversary Edition. Denn wir sind schon wieder beim Vulkan, verdammt nochmal. Der Todesberg. Vielleicht bist es aber nur du, Lina. So, die Goldschüsse finde ich viel hübscher als die Silberschüsse, muss ich mal sagen. Okay, ist ja immer so. Ja, ist immer so. Sieht halt mehr nach Cash aus. Der Goldplay-Button für YouTube sieht auch besser aus als der Silber-Play-Button, aber... Na komm, unerfüllte Wünsche. Unerfüllte, alles okay. Todesberg. Oh, ich bin so krass. Geskillt. Oh, geskillt, Alter. Toll, davon schwarzen Bevor mir. Ja, und jetzt? Ey, geil. Jetzt killt man den. Jetzt muss man den killen, ja. Okay, ich werde ihn killen. Fett. Wo bleibt er denn? Maske ab, ja. Oder Pornier oder was. Hä, wie, wie, wie kommt man denn hier wieder... Achso, oh, was ist das? Supi. Wo ist der denn? Wegen Lina und Dägen und der ganze Zeit so dramatische Wuckel. Ach nee, nur wegen Lina. Dö, dö. Das ist immer verarscht. Soll hier was kommen? Ich weiß nicht. Ich komme. Spring doch mal rein. Der bestimmt einen rüber mit dem Endhaken. Hier mit dem Dings so drücken. Achso, oh, der ziehen. Das würde gehen. Na, wem vertrauen wir jetzt am meisten? Okay, Dake, scheiße. Ich habe auch ein Dings, ne? Na, wartet mal, wartet mal. So, eigentlich muss irgendwie nach... Nee, wie geht das denn? Nee, warte mal. Einer muss hier erstmal stehen und dann in den rüberziehen. Ja, genau. Ich habe jetzt keine... Also Lina, zieh, zieh. Aber Einer muss rübergezogen mit dem Boomerang. Warte, Dake steht jetzt in die Position, jetzt nach links einfach ziehen. Halten, 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 nur halten. So, jetzt kann Dake irgendwie uns alle ein bisschen rüberbraten. Ja, 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 stellt euch mal da hin. Da hinten. Nein, da oben, wo Dina war. Achso. Achso, nee, da ist ja zugewandt. Achso, nee. Egal. Ah, ist ja witzig. Ist ja witzig. Voll cool. Und was jetzt? Gegner. Erstmal posen. Oh, Mann, ich will die Scheiße nicht haben. Ich mag, erst mal flexen. Oh, Vorsicht, das war auch klar. Oh, du bist auf meinen Seiten. Und wo mir ist. Oh, Scheiße. Was, Scheiße? Scheiße. Scheiße. Gut. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Das ist gut. Was ist denn hier los? Ja. Oh, warum habe ich so ein Pech? Das ist die Kier. Warum habe ich so ein Pech? Ja, Rubin-Opa. Geistes Rubin-Opas. Das berühre jemand anderen. Voll fies. Ja, ich bin gemein. Warte, nicht. Ich bin so gehypt, Alter. Ich bin so geil. Ich kann nicht mal was machen. Ich kann ja gar nicht ausweichen. Geht denn hier aber auch mal weg? Ja, dort ist der, weil du bist der abhaut. Du bist der abgewandt. Ja, ich werde hier jetzt ein Stein gestohlen. Komm gleich, wir gehen oben auch nicht Stein weg. Haben wir eine geile Abkürzung. Oh, nee, nee, nee. Wie ein Kletchen-Punkte. Das muss gut. Warum weißt du denn? Der klaut hier alles. Und ich kann nicht schnell gehen. Oh, Schluss. Das ist unser Geld, ne? Das ist euch schon bewusst. Das ist nicht so toll. Ich habe einfach die ganze Zeit auch ein Gewinner. Das ist hier. Oh, ich habe einen Goldenen. Oh, Lina, ach was. Ich setze wieder auf Gold. Oh, Schatz ist unser Geld. Scheiße, Rettin holt sie, rettet sie, die macht alles. Hört ja Spaß auf, ey. Ja. So, hier sind Stiefel. Hier bei mir müsst ihr hin, das sind Vierer. Das ist ein Steining. Das ist eine Vierer, ne? Zweierplatte, komm mal da zu mir. Ja, ich bin ja schon da. Ich bin ja schon da, aber das ist mein Schein hoch hier. Hat dir hier schon zu viel zu tun aufgenommen? Nee, ich alleine. Das kannst du auch gar nicht. Das ist ein Vierer-Schalter. Der ist noch nicht gedrückt worden. Ach so. Der Vierer-Schalter muss ja neu gedrückt werden. Der ist erstmal ein Zweier-Schalter für Dake und Mie. Also links irgendwo gibt es halt noch Stiefel, aber da müssen wir alle zu viel noch hin. Das ist halt übelste Klavierint, Leute. Was soll man denn sagen? Wo seid ihr? Wo seid ihr hoch? Wo ist denn euer Vierer-Dinger hier? Ne, da waren Zweier. Zweier war das. Na, dann gucken wir jetzt alle mit, weil wir haben noch einen Vierer hier. Okay. Ja, jawoll. Genau, Lina läuft richtig. Ich laufe falsch. Komplett falsch gelaufen. Hier müsst ihr lang, Leute. Guckt doch mal, wo Lina ist. Stoop, stoop. Stoop. Warte, was ist wirklich eine Truhe eigentlich? Oh, die sind Stiefeln. Genau, die habe ich hier Acti-Way. Da ist eine Truhe, scheiße. Oh, stiefel. Endlich weg von der dummen Mütze. Wartet auf mich. Warte, wo ist sie, wo ist sie, wo? Alter, voll Double. Geil. Die ist ja schon alles aufgebraucht. Ah, wieso? Ah, nein, nein, nein. Passt doch mal auf, Leute. Oh nein, hinten noch. Ah, Mann. Hallo, hallo. Wie die Kinder. Also wirklich. Ich bin der einzige vernünftig denkende Mensch hier. Ich bin der Puchswindel. Ich bin der Puchswindel. Den Bewege. Oh. Oh. Wir sind so am ausrasten hier. Oh. Oh. Was ist das hier? Was ist das? Wo die pusten? Wer pumpt denn da? Oh, Ende. Das ist... Oh, da müssen wir dran vorbei, Leute. Warte mal. Wow, wow, wow. Oh, oh, oh. Ich fange schon mal an, der Cash einzusammeln. Nein. Er setzt auf Cash. Nein. 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 Oh, der kriegt die letzte ist meine. Kann ich das Herz einsammeln? Ja. Ah. Ah. Einfach als Schott geschwolzen hier weg. Ist da noch irgendwas? Da war was. Achso. Ah. Mein Stolz und meine Würde liegen da jetzt rum. Die Verbrannte. Die stolze Würde. Ah. Kann nicht wahr sein. Wien. War das so witzig. Ah. Ah. Oh nein, alle auf so dünnen Dingen. Ich krieg die auch nicht mehr ein, ey. Ah. 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 Alter, das ist ja witzig, ey. Du 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 du. Ah. Ah. Das ist ja nirgendwo. Ah. Ah, ne. Ah. Ah, nein. Ah, nein. Ah, nein. Ah, nein. Ah, nein. Ich hatte schon 2, ne? Ja. Und hier Doppel-Power. Ich komme jetzt wieder zurück. Ich hab wieder das Wenigste. Was soll denn das? Das ist der Boomerang. Tja, das war euer Fehler. Tschüss! Kann man hier nicht mehr Boomerang-Schalter aktivieren? Ich muss das machen. Brauchen wir anderen auch noch Boomerang? Vielleicht. Vielleicht. Ich hab bisher noch nicht den Boomerang gehabt. So, um und unten. Warte mal. Oh, warte mal. Dejke ist ein ganz viel... Eventuell wieder Feuer mit... Ja, hier ist ein Fährerschein. Ja, hier ist ein Goldner! Hier ist ein Goldner! Dejke, da unten schnell! Hier unten schnell, Dejke! Ja, ich renne! Oh, Doppel-Rubina jetzt hier. Ist das nicht sogar besonders geil hier, wenn man hier... Oh, war das knapp. Ja, wenn Dejke jetzt... Ja, ich hab einen in der Truhe gefunden! Nooo! Ah, hier ist so viel Feuer! Komm, Dejke, find einen! Jetzt muss ich nicht! Seid doch mal einfach cool! Ey, schubst euch jetzt nicht ins Feuer! Ja! Oh, Gegner, das war's! Hier, Dejke! Hier, Dejke! Dejke, kann den schnell! Und, kriegen wir 1000? Na nee, schade. Nee, geht nur 500. Das wär eigentlich geil gewesen. Schade! Hier ist ein Vierer-Schalter! Hier ist ein Vierer-Schalter! Einfach den Wurm in der Lava hier schubsen! Da war doch nicht nur mehr? Noch mehr andere Sachen? Oder war der schon überall gucken? Hier wäre noch einen anderen schönen Vierer-Schalter! Also, ja! Ja, deswegen müssen wir noch Vierer-Schalter machen! Wir haben noch ein bisschen was zu finden hier! Ja, sehr optional hier! Optional, oder? Yeah! Boom, 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 boom! Er ist gut, er mit Doppel-Geld ist das gut, ne? Ja! Das ist richtig gut! Vierer-Bouncer! Boah, das hat reingehört! Boah, das war richtig Gas! 876! Wenn die Mucke einfach ewig weitergeht! Nein! Da ist die Mucke aus! Gerade nur über eine Mucke beschwert, willst du? Mann, ey! Dann müssen wir schnell Energiefilter finden! Wie er einfach angibt, dass er schneller ist als Icke, ey! Ich schubs mich mit einem Bumerag! Ich hab auch Rüstung voll, ne? Also, er kann doch nicht mehr was zu finden! Irgendwie harte Boos-Fights kann ich selber machen! Ich hab auch nur Rüstung und sonst nicht! Wettelst die meisten Rubine! Ein Gold-Splitter bei uns! Ich hab nur einen! Null! Ich hab auch einen, okay! Das ist eigentlich egal! Blecky! Das ist ziemlich random, ja! Oh, wir öffnen meinen Platz, Wecky! Hä? Du musst... Hab ich doch! Also, ich kann nicht! Oh! Oh! Ah! Müssen wir mit dem B drücken? Ne, ne, der muss erstmal kurz vorher den Shutter... Also, uh! Deswegen! Was dat denn jetzt hier? Kann man nicht so schön wie ich, ne? Ne, Blecky! Wir können das natürlich! Wir können das natürlich! Du bist rei... So! Ne, ne, ne! Es geht nicht darum, dass das... Komm gleich schnell! Wir kriegen wieder das, was uns gebührt, ey! Vorsicht, Vorsicht! So! Ich hab den Key! Je nachher, wir müssen Geld holen! Da gibt's nix mehr! Naaaaaah! Das ist weg! Ne Bombe! Ne Bombe gibt's noch! Warum seid ihr eigentlich immer so fies? Warum sind wir so gut, fragst du wohl eher? In einem Teamspiel, Leute! Der Blecky und ich sind hier! Wir sind so ein Duo-Team hier! Ich werd hier nur verarscht! Komm Schmuzi, wir haben uns, ne Schmuzi! Ja, aber wir einfach weg! Ne! Hä, brauchen wir ihn nicht! Ach, hier brauchen wir aber nur Schlüssel! Ich hab den Schlüssel... Ja schnell! Da sind bestimmt Truhen! Oh ne! Hat einer Schaden! Äh, warte, was ist hier? Nur minimal! Ich hab auch volle Rüstung! Ich hab eben schon eingesammelt! Ey, der kann nicht wahr sein! Ein Fiescher sein! Er gehabt volle Herzen, deswegen nehm ich es nicht! Na gut, dann nehm ich! Ja! Wir müssen ja wieder die geile Mucke kriegen hier! Die Geldmucke! Machen wir sie, Alter! Einfach krass! 4, 5 einfach! Jetzt kommt doch schon der Boss! Oh! So, wieder mit Kugelpunchen! Kugelbämsen! Und vorm Feuer immer wegrennen, weil wir sehr schnell entzündet waren! Ah, der geht wieder zu Daygruber! Also der ist wieder Auto-Aim! Ist Auto-Aim! Das ist ganz cool! So, jetzt kann man trotzdem noch schlagen! Und in die Richtung vom Gegnerversuch schauen! Ja! Vorsicht! Den echten finden! Ja, also ne, ne! Der Kartin! Oh, shit! Oh, ich hab ihn auch nicht gegeben! Bei mir! Ich steh bereit! Ja! 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 Boah! Da oben! Der Kleene da! Boah! Ein Ruff auf ihn, ey! Er ist geil tot, Mann! Ja, da brauchen die mehr lange! Ich hab auch den Boss als sehr lame in Erinnerung! Ja! Aber es sieht ja auch schon so schwach aus hier, ne! Geh wieder! Und wirkt halt so, als ob das eigentlich der letzte Tempel sein soll, wisst ihr? So mit dem schwersten Boss! Ja! Super getroffen! Bei euch irgendwo! Ja! Der lebt immer noch! Der lebt einfach noch! Jetzt! Wow! Es kommt die Kreisel! Ich hab ihn! Der Kreisel ist schon mal kaputt! Der Kreisel kann man kaputt schlagen, ne? Achtung! Und Feier! Oh verdammt! Oh verdammt! Warte ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Und! Ja! Ja! Er war dead, ey! Das Lava-Becken! Ah! Da kommen sie sich aus der Lava rauf! Das sieht ja krass aus, die hat so Schmetterlingsflügel, ne! Ich bin die große Fehl des Feuers, die Hüterin des Todesbergs! Das passt eigentlich! So viele Rubine zu finden ist wahrlich eine große Leistung! Ihr seid so krass, man! Gelittene Helden! Man sollte nicht jeder diesen Goldschlüssel erhalten! Geil! Wir haben alle Goldkies, Leute! Das war episch! Jaaa! Krass! Alle Goldkies! Endlich habt ihr die drei Goldschlüssel erhalten! Wer meint dann den Akzent so? Ihr könnt den Vater Faddis Palast beschreiben! Dieser wird halt auch gefährlicher sein als alles, was ihr bisher gesehen habt! Und dennoch müsst ihr auf ihr wandeln, große Helden! Jetzt könnt ihr zu Faddi die Helden gucken! Ich bin immer schlechter! Der Eck ist der oberchamp! Ich hab nur einmal gewonnen! Ich hab nur einmal gewonnen! Ich bin jetzt gleich gezogen! Nein, nicht gleich gezogen! Und ihr zwei Luten sein! Hat er den Eck nicht sogar noch einen 500er gekriegt? Ja! Und war knapp unter dir! Faddi gesaved! Einmal wieder cashig grabbed! Alter, so krass! Einmal wieder normal hingefrogen! Geil, Leute! Der Palast ist auch wieder etwas sehr früh zu Ende! Aber wir können euch schon mal sagen, das wird sich jetzt mit dem nächsten Part in Faddis Palast ausgleichen! Weil der wird wieder lange dauern! Ich freue mich schon drauf! Wird cool! Das wird einfach geil! Ja! Aber dann ist die zweite Runde bald erledigt! Wenn wir auch noch die zweite Runde vom Reich der Änderungen gemacht haben! Yes! Und wir haben die Hälfte der benötigten Rubine für den Heldenpfad! Also noch ein Bonusgebiet in der Anniversary Edition! Dafür brauchen wir aber 30.000 Rubine! Und wir haben wieder so knapp 15.000! Kriegen wir es schon hin, Leute! Wartet doch noch der dritte Durchgang auf uns, ne? Also dann im nächsten Part war die Spalast Nummer 2! Ciao, ciao! Ciao! Tschüss! Tschüss!